Halli-Hallöchen Freunde, oh yeah, da seid ihr wieder back zum Mario Party und ich glaube, so langsam hab ich so'n Gefühl, Freunde, ich sollte meine Freunde mehr vernachlässigen und mehr Let's Playen. Wenn ihr wisst, der RTL sagt, ähm, Gamer haben keine sozialen Beziehungen, haha, ah man, die Gags, die werden niemals alt, Freunde, haha, ja, aber egal, ey, ist wirklich so, ich hab heute schon den dritten Part aufgenommen und das ist schon ein bisschen arg viel für mich. Egal, wir sind wieder da zum Mario Party 1, wie gesagt, und, äh, ja, Kanoninsel ist online hier und, äh, ja, RTL hat sich da voll das Eigentor mitgeschossen mit diesem dummen Bericht, kennt der mittlerweile die ganze Welt irgendwie. Ah ja, kein Wunder, also ich hoffe, ich schieße mir jetzt hier selber kein Eigentor, weil, äh, die Bälle hier, die sind etwas härter als gewöhnlich. Wow, 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 chillig, Mann! Mann, keine Panik, Freunde, Wasser ist alle da, die Panik läuft auch nicht ab. Die ist, ähm, nur an Wassermangel. Da hin, wow, bam, ja, natürlich, ich krieg hier voll die Hucke, oh Freunde, Yoshi ist abgesoffen. Haha, ist das epic, ey Mann, fettig, du Speckrate, huchala. Dat war knapp, oh, bam, haha, ja, na klar, den hat das voll getroffen und der ist nicht gestorben. Wari, du bist so ein Cheater, Alter. Oh, Luigi wäre fast noch runter. Schau mal. Oh yeah, get it. Also ich habe jedenfalls gewonnen. Es war scheiße, dass die grün-Mützi und gelb-Mützi auch gewonnen haben, aber es egal war. Oh Gott, Luigi hat 50 Münzen, Freunde. Noch drei Runden, Freunde. Also bisher konnte ich ganz gut meinen ersten Spielstand, äh, also meinen ersten Platz in der Map hier behalten. Vielleicht werde ich ja gewinnen, allerdings nicht mit solchen Würfeln. Fuck, Alter, das ist doch unein, ich habe Fuck gesagt, Freunde. Wenn die jetzt nach links gehen und Sterne klauen, dann bin ich am Arsch. Sorry, höre ich dich am Arsch, das wäre so mies. Nein, geh nach rechts, Luigi. Braves, Luigi, nein. Ach, danke. Huh, hihihi, Freunde. Ich hoffe, es wechselt niemand, denn solange sie die PCs so blöd und gehen tatsächlich nicht nach rechts. Selbst wenn sie auf Rot laufen. Wie viel Hürden muss man ja nicht haben, Freunde. Naja, ich sag nix. Hau den Münzblock. Schade. Wer ist denn, wer ist denn Rot? Achso, Luigi, wa? Röhren-Labyrinth. Ja, ich glaube, ich werde es nicht kriegen, Freunde. Ich kann ja mal gucken, wo er es reinschmeißen muss. Ich habe übrigens letztens eine Perne gekriegt, wollte ich mal anmerken. Ja, das war just a little bit crazy. Also, da fragte mich jemand, ob ich denn mal auch ein Let's Drunk machen möchte. Ja, das ist so ein betrunkenes Let's Play anscheinend. Ich habe mir dann mal geguckt. Das gibt es auf YouTube tatsächlich. Verdammt, ich habe mich aufgepasst. Und, Freunde, ich bin doch bekloppt genug. Ich meine, ich muss doch nicht nur Alkohol trägen, um noch bekloppt dazu werden. Das wäre doch ein bisschen eine Overdress, wie man so schön sagt. Das ist wie mit einem quietschroten Anzug zu einer Beerdigung zu gehen. Nee, das passt nicht. Das geht nicht. Wo bin ich denn? Ich will es haben. Oh, das sieht ganz weit weg aus, Freunde. Ich glaube, ich stehe ganz links, oder? Na? Na? Ja, ganz weit weg. Nur, EG hat sich natürlich sehr psychische Kiste zugeschanzt. Warum auch nicht, ne? Er ist ja Cheater. Er kann das. Fakt voll gelost. Na, Freunde, da konnte ich jetzt gar nichts machen, ne? Ich bin jetzt voll unschuldig daran, dass ich nicht gewonnen habe, ne? Ist das aber auch fies, dass bin ich mir nicht richtig beherrscht. Ist das, naja, ein Auto-Win, könnte man sagen. Also, nein, man hat kein Auto gewonnen, aber ihr wisst schon. Ach, Gott, der Witz war gerade so strohdoof. So, Freunde, jetzt gucke ich mal, vielleicht kann ich einen Stern klauen, aber ich habe ja eigentlich genug Kohle. Ich komme auch nicht vorwärts, Manno. Aha. Do you kind of veressing me, oder so? Das ist ja Witz hier. Lauf nach rechts, Yoshi. Lauf nach... Nein! Scheiße! Okay, Freunde, das ist nicht so very komisch. Ja, das ist gar nicht komisch, Freunde. Nein, 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 nein. Ach, kacke, ich habe es gewusst. Ich wusste, dass das noch kommen, Freunde. Das habe ich gerochen. Das ist mir aus dem... Nein, ich sage es nicht. Den Witz kann auch jeder irgendwie. Er hat erst das gerochen, dem ist es aus der Flasche gekrochen. Die Alkoholfahne ist natürlich gemeint, ne? Wo wir gerade beim letzten Drunk bin. Also, neben Ernst, Freunde, schreibt mir einen Kommentar dazu. Das muss nicht sein, oder? Ihr seid meiner Meinung. Ihr seid meiner Meinung, versteht ihr? Ja. Ähm, nee, schreibt ruhig, wer da davon denkt. Turmschläger. Scheiße, das schaffen die PCs grundsätzlich. Naja. Das ist alles Cheater. Alles Cheater, Freunde. Und wer mir nicht glaubt, dass PCs keine Cheater sind, der soll Mario Kart 64 spielen mit 150 CCM. Das ist so wies. Ich glaube, Mario Kart 64 müsste ich auch mal so als 5-Part-Let's-Play einwerfen, weil einfach immer alle Cups durch und dann... Schön, ne? Ja, er klöppte erstmal die Nase rin, Freunde. Das ist ja richtig epic. Ja. Steine, was wartet ihr denn da? Oh, er hat's geschafft. Ey, wie die das alle mal in der Sekunde schaffen, ist doch unfair, oder? Dafür müsste es eigentlich nur noch an 5 Münzen kriegen. Und die 5 Münzen abzugweise verloren haben. Also, also 0. Ihr versteht schon. Das ist doch doof. Jetzt hast du wieder 20 Münzen für den Stern. Und wenn er den tatsächlich kriegen sollte, was ich in aller Ernstigkeit nicht hoffe... Hey, den hole ich mir gleich zurück, Freunde. Ich hoffe, dass ich das schaffen kann. Wenn nicht, dann wär doof, ne? So, Fatty sieht nicht so aus, als ob er sich wirklich anstrengt, das hier zu schaffen, weil er gibt erstmal 6 Münzen ab. Und auch Luigi muss schon noch ordentlich sprinten, um bis da zu Bowser oder zu Tod zu kommen. Und er wechselt! That's very negative für Wario-Moment, ne? Oh, nee! 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 Was ist denn hier los? Oh, nee! Nicht paddeln, bitte! Oh, großes Münzbrügel! Das ist cool! Äh, wer ist überhaupt... Ach so, ich glaub, Wario ist rot geworden. Da passt auf, Freunde. Dann kloppen wir die schönen Münzen aus ihm raus. Denn hoffe ich, dass Luigi eher reinläuft und Wario nicht genug Geld für tot hat. Denn kriegt nämlich gar keiner mehr Stern. Das wär eine Ultimate-Lösung! Und irgendwie bin ich halt schon wieder voll aufgedreht. Aber nachts bin ich immer so aufgedreht. Ich könnte jetzt noch einen vierten Part aufnehmen. Das wäre mir ja so scheißegal. Aber ich glaub, ähm... Scheiß, ich hab nie auf die Uhr geguckt. Ich glaub, das könnte auch so langsam der letzte Part werden. Und danke fürs Geld. Hey, Mann! Geld bleibt stehen! Tching, tching! Danke! Klapp mal ruf, danke! Oh, Mann, oh! Gib Geld! Nein! Ach, Mann, ist doch blöd! Oh, ich will's Geld! Ich will's Geld! Ich will's Geld! Verdammte Scheiße! Mann, ich will irgendwann Geld haben hier! Ey, ihr Pissnackner haut ihr mal ruf, wa? Tching, tching! Und da hab ich nochmal... Oh, der hat kein Geld mehr! That's very, very negative, Freunde! Yoshi und ich haben Geld abgesackt. Ich ein Zehner, eher, glaub ich, mehr. Ja. Er ist richtig abgestoppt, ey, Yoshi. Das ist so ein Stinker, Alter. So, so, hier... Hm, das ist sauer. Du, äh, du kriegst noch viel... ...kriegst noch aufs Maul, verspreche ich dir. So, wie weit müsste ich denn laufen? Uh, 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 ne Zehn müsste ich machen, um bis zum Buu zu kommen. Denn, das, äh, das ist die letzte Turn, Freunde. Und, äh, ich muss ja auch daran merken, wieder die Spiele einzustellen, ne? Und... Oh, natürlich nur Nacht. Okay, jetzt rück ich mir aus, was wäre denn das beste Feld für mich. Also, da hab ich einmal eins... Und, oh, okay, Freunde, da rechts hab ich noch einen Einspieler-Minispiel. Du, 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 du. Das wär natürlich auch noch sehr schön, ne? Da, 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 da. Was haben wir denn da, schöne Freunde? Pflanzenöpfen! Oh, Geisterraten. Schon wieder hat man letztens erst. Da, 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 da. Ich bin ja Zelda-Fan, war... ...also muss ich rätseln mit Geistern, ne? Ist ja lurch. Ist ja voll clear hier. Und scheiße, woher hab ich mir die dumme Eselsbrücke gebaut, Freunde. Naja, was soll's. Da quietschen sie wieder rum, Freunde. Und da sind sie auch schon, die apokalyptischen Achtgeister hier. Ich würd sagen, der da? Ich würd's schon so schon sagen, ja. Ja, definitiv. Bam! Plupp! Da ist die Kiste, Freunde. Gleich beim ersten Mal erkannt, gecheckt und down. Ach, Mann, mittlerweile wäre es... Wenn man das Spiel wirklich gecheckt hat, ist das wirklich echt einfach. Hab mich da ja am Anfang voll blöd getan. Dum, 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 dum. Mario wins, man. Hu, 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 hu. Und so, ne? Aber es ist egal, wie viel Geld wir haben. Wir holen Yoshi nicht ein. Egal, was soll's. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich auf die Spieler mache, Freunde. Erinnert mich dran. Scheiße, könnt ihr gar nicht. Ihr könnt zwar einen Comment schreiben. Das wär sehr nice mal wieder. Ich mag Comments, habt ihr gemerkt. Ich schreib da gerne und viel zurück. Das ist so ein, äh, kind of interaktiver Chat, so, ne? Also ich find das cool. So. Und bei dem letzten muss ich umschalten, Mann. Okay, er kriegt's nicht gebacken. Würde ich auch nicht an seiner Stelle, weil da oben steht Bowser. Ey, da würde ich auch nicht rein wollen. Luigi holt sich vielleicht noch ein Mehrfachwürfeln, würde ich an seiner Stelle allerdings lassen. Ja. Das ist mir kind of nachvollziehbar. So, Freunde. Spieler-Options. Äh, swut, wie immer. Hier, Tübi, Tübi und Tübi, Tübi, Tübi. Ne? Und wir haben festgestellt, hier gibt's Tübis. Ne? Also so. Das hab ich grad so nebenbei festgestellt, ne? Wo ich grad so hier quatscht hab, ne? So, wir sind alle Spieler, Freunde. Keiner kontrolliert die zwar. Und ich weiß, jetzt werde ich ein Minispiel gewinnen. Oh mein Gott, wie furchtbar. Oh, ich dachte schon, es kommt wieder Fahnen durcheinander. Freunde, beim letzten Mal, ich fühl's durcheinander verloren. Der Dead war, ähm, ja, ziemlich fies irgendwie. Weil, naja, okay, das war schon eigenverschulden. Ich will's nicht sagen, dass der PC wieder gecheatet hat. Ne, das war mein eigener Fehler. Das geb ich auch gar nicht zu, wa? So, was hast du für ne Fahne tot? Los, zeig an. Ey, na, bewegt ihr euch mal. Hallo. Huhu. Das ist so gemein. Warte mal, ich spring mal, Freunde. Ha, habt ihr gesehen? Ich hab noch einen Knopf für die Leute. Einfach nur, um A drücken zu können. Warum auch immer. Okay, Freunde, ich hab gewonnen. Das war so schwer, Freunde. Habt ihr das gesehen? Ja, der war richtig fies. So, Freunde, ich würd sagen, und ist die Map vorbei? Oh, schade. Und, äh, ich würd sagen, ja, damit ist das eigentlich irgendwie auch der letzte Paar. Weil, wie gesagt, die zwei Mapstreik immer nach, wenn ich so weit bin. Ich will jetzt auch da nicht hin und drauf hetzen. Das würde mich ja für Zeitkosten, die ich gerne in andere Let's Plays investieren würde. Ja, sie hat two of Stars und so, ne? Und, oh mein Gott. Kann ich das noch drehen, Freunde? Genug Münzen hätte ich, um ihn zu bestechen. Aber, das geht ja hier nicht. Wir sind ja hier im Fernspiel, wo sich alle, wo es gegenseitig die Fresse einschlagen. Und der spielt dann wieder an Mario. Wuhu. Damit bin ich schon mal der Erste. Aber, vielleicht kriegt ja Yoshi auch noch einen Stern. Aber im Moment glaube ich, das ist eigentlich eher weniger. Der Münchstern geht mich auch an, Mensch. Und damit habe ich eine schöne Subway gewonnen. Keiner könnte jetzt noch auf die gleiche Sternzahl und höhere Münzen kommen. Das geht nicht. Und außerdem, ja, das dachte ich mir fast, der eigene Stern geht auch an, Mario. Ja. Ich bin pro, oder? Weil ich am Anfang ziemlich viel getauscht habe. Das habe ich noch so in Erinnerung. Ja, Freunde. Damit habe ich es definitiv gediddelt. Da brauche ich gar nicht bloß noch Fragen. Der Superheld ist Mario natürlich, Mann. Ist doch voll klar. Ich habe es gediddelt, Mann. Oh yeah. Geil. Auf meinen eigenen Bug. Muhahaha. Muss ja kommen, oder? So, ich würde sagen, dann holen wir uns noch das Special Ending hier auf der Map rein. Ich fand ja immer noch cool, dass es hier so ein Special Ending gab. Das gab es bei My Party 2 auch noch. Das war auch so richtig cool irgendwie. Das war immer so ansatzweise eine Quest. Und ey, Winder hat halt die Quest gewonnen. Oder ihr werdet das schon sehen in meinem nächsten Let's Play. Oh, ein riesiger Stern, Freunde. Ey, die Map ist eigentlich so ein bisschen, also die Map ist relativ leicht, aber wenn diese Team wechseln nicht mehr, dann wäre das auch, naja, noch leichter. Aber ich finde es schon schwer. Also das mit Bowser kann richtig fies sein. Und so. Boah, Freunde, bunter geht ja ein Nintendo-Spiel gar nicht mehr, oder? Aber ich mag das. Ich finde das cool. Oh, er schafft es nicht, Freunde. What the fuck? Nein! Ja, da ist Mario mal, wohl mal nicht irgendwie ganz positiv davon gekommen. Oh, da wird er von Lakitu weggeschleppt. MarioCard64 lässt grüßen, Freunde. Und ich hab's gedillet. Echter, bunter geht's gar nicht. Oder? Da fällt mir grad auf, ich hab so von diesem Rot ins Grün hab ich so eine ähnliche Teppichstruktur in meinem Minecraft-Haus. Fiel mir grad mal so auf. Aber ich finde, Minecraft ist relativ farblos eigentlich, wenn man nicht gerade mit Wolle hantiert viel. Und deswegen hab ich eine Schafszucht und meine eigene Farbzucht. Okay, Mario, oh, der ist mit weniger ins Ende gekommen, als er gespielt hat. Also ihr versteht schon, ne? Also man fängt mit 10 Minuten an, ne? Vielleicht hört man mit 6 Minuten auf. That is very negative, ne? Und jetzt mal gucken, Minispielmünzen hab ich definitiv gedillet, man. Oh yeah. Der höchste Anteil, den hatte ich natürlich auch, war gar kein Thema. Blaue Felder hatte ich wieder mal. Wenigsten, äh, das ist immer so eine Art von mir. Und 4-mal hab ich geswitcht, Freunde. Das ist cool. Viele Eins... Ey, Mann, da haben wir viele Einspieler-Mini-Spiel, Freunde, ich sag dir doch, die Map hatte das irgendwie so, irgendwie so ein bisschen im Blut. Wir hatten so viel auf... Wir hatten 2-mal einen Chanceteil, Freunde, da erinnere ich mich gar nicht mehr dran, ne? Egal, aber ich war auch 2-mal auf Bowser. So, Freunde, das ist wieder kind of safe state, ne? Ich weiß gar nicht, wofür ich die Minzen brauche, aber ist ja auch egal. Ja, Freunde, nochmal schön, warte mal, rechnen, 7 Sterne eingecheckt. Das ist nice. Jetzt kann ich mal ganz kurz safe staten, ne? Und bam! Oh nein, ähm, Freunde... Ha, ching, ching! Gleich beim zweiten Versuch. Schön. 275 Münzen, davon hab ich irgendwie alles dazu beigetragen. Was sehr positiv kommt, in zweiten Mario Party, Freunde, da wird immer alles von allen eingesammelt. Das heißt, ich muss nicht mal diesen Spieler-Cheater-Trick machen, der so ein bisschen kind of nervig ist. Wieso sag ich da noch ein kind of? Das ist halt eine Art von... Naja. Ist ja halt denglisch, ne? Ist ja alles wohl ziemlich nervy und so, ne? We are all very nervous. Ja, wir sind alle sehr nervig. Also, Freunde, ich würde sagen, das war dann jetzt erst mal so mit dem Let's Play. Aber natürlich werden die zwei Maps irgendwann noch hinterher kommen. Das werde ich voll oder nicht kündigt machen, Freunde. Und dann seht ihr so in der obersten Upload-Liste. Bam! Mario Party 1. Die neuen Maps, Freunde. Also, ich würde sagen, dann bis dahin. Macht es gut, haut da rein und viel Spaß mit meinem Let's Play. Ciao und macht es gut. Und so, ne? Halt, ihr kennt ja meine Verabschiedung. ihr kennt. der signale lace Me. Ichbene